Ich freue mich sehr, dass ich euch heute noch einmal Fotos zeigen kann, die ich von meinen Zuschauerinnen bekommen habe. Das ist jetzt mittlerweile das sechste Video mit Fotos meiner Zuschauerinnen und ich finde es ganz toll, dass ich mal sehen kann, was nach meinen Nähanleitungen genäht wurde und ich finde, ihr sollt das auch alle mal sehen, was einige meiner Zuschauerinnen so genäht haben. Im heutigen Video, da seht ihr Fotos von Veronika, Anita und Andrea, von Rosita, Christine und Marlene, von Liane, Gisa und Alexandra. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und wenn euch das eine oder andere Foto ganz besonders gut gefällt, dann schaut euch mal auf meinem Kanal um. Da findet ihr die Nähanleitungen und dann könnt ihr ja vielleicht auch das eine oder andere nachnähen, wenn ihr Lust dazu habt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir dann auch ein Foto von dem genähten schicken, dann kommt das Foto in eines der nächsten Videos mit eurem Vornamen versehen, wenn ihr das erlaubt. Und dann könnt ihr euer Nähwerk auch mal hier auf YouTube entdecken und bewundern. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim heutigen Video und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!